Was nimmst du für ne Bass? Den kommt jeder hier. Born to Glow? Will ich auch. Kekei! 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 Was ist denn sein Problem jetzt? Kekei! Was war denn? Die Nachbarn sind an ihrer Tür. Boah. Wusstest du, dass Chihuahua mit die krassesten Wachhunde sind? Wat? Boah, Mundgutti, Alter. Ich hab grad eigentlich einfach nur Lust zu fressen. Fressen danach. Was fressen wir? Danach. Kekei! Komm hierher! Hier! Komm hierher! Kekei, komm hierher! Hier! Komm hierher! Hier! Ja, ist doch nö. Ja, I'm ready. Ja? Oh, ne, warte, noch ein paar Chips. Schwein. Alter, geht doch. Willst auch einen? Ne, wenn ich jetzt anfange, dann kann ich auch hören. Okay, ich stimme zwei. Hmm. Hmm. Wow. Oh, whatever. Das hört sich halt an wie... Whatever. Hello, Egal, wie gewartet und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir seit fünf... Namaste. Namaste und herzlich willkommen zu unserer heutigen Mantra-Runde, guys. Nach fünf Monaten melde ich mich ja auch mal wieder. Fünf schon wieder? Ne, aber fühlt sich halt so an wie fünf, also eigentlich waren es zwei. Okay, aber geht ja auch noch. Ja, das geht ja auch noch. Ja, heute mal wieder mit Marvin. Viele haben sich gewünscht, dass wir mal wieder ein Video zusammen machen und hier ist es. Wir werden heute eine Review für euch aufnehmen und zwar zu der Hatice Schmidt Labs Palette. Ja, hat sie zwei Paletten released und die werden wir ausprobieren, bzw. haben wir schon eine auf Marvins Kanal ausprobiert, die Day Palette und die Holy Palette gibt es hier auf diesem Channel. Die ganzen Infos, was wir über das Preis-Leistungsverhältnis und so denken, findet ihr. Ja, eigentlich bei mir haben wir ja alles schon gelabert, ne? Ja, eben. Und ihr guckt sowieso beide Videos, deswegen... Und fragt uns über all den, wir verlosen auch was. Was verlosen wir? Ja, das eben. Wir verlosen jeweils auf unserem Instagram-Kanal die Holy und die Day Palette. Bedingungen findet ihr alles unter unserem neuesten Post, der gerade online gegangen ist. Also, wenn ihr Bock habt, welche zu gewinnen, schaut auf Instagram vorbei und los geht's! Los geht's! Ich hatte schon so ein kleines... Ja, war ein bisschen Kacke. Die kam bei mir an und mir ist direkt so ein Lichtschatten rausgefallen. Ach, ja stimmt, aber halt. Leider. Die Farbe Faith, also ich meine, ich hätte sie eh nicht benutzt. Weil das so ein schwarzes mit Gold Glitzer, ne? Und das magst du nicht. Ja, voll sad. Und das ist jetzt halt hier... Ja, es kann halt schon mal passieren, da meldet man sich beim Kundensupport und aus Kulanz meldet sich doch eh mal einer zurück und sagt ja, okay, hier, das stellen wir dir, oder? Ja. Ja. Also wäre eh so passiert. Ja, genau. Und wir fangen jetzt an, ne? Wir fangen jetzt an. Los geht's. Die Paletten kosten jeweils 54 Euro, das kann man ja schon auch sagen, ne? Für die, die mein Video noch nicht gesehen haben. 54 Euro kosten die. 1,5 für 9 Farben und... Boah, ich weiß noch nicht, wo will ich anfangen? Ich auch, ne? Ich finde das sowieso sehr, sehr schwer bei den Paletten, sie einzeln anzugucken und sich zu denken, oh, that's what I'm gonna do, weil ich halt echt... Ja. Aber ich muss sagen, die hat echt so gut bei mir funktioniert, ich hab'n richtig geilen Look damit geschminkt. Wirklich. Deswegen glaube ich, krieg ich doch immer was ganz cooles hin, aber ist auf jeden Fall schon eher so die Extended Version, also mit so krasseren Farben. Ja, also die beiden Blautöne finde ich echt nice, weil auf Julinas Hochzeit, weiß ich noch, da war Hattie auch und sie hatte, das wusste ich aber damals noch nicht, hatte sie diese beiden Farben drauf. Oh. Oh. Oh gosh. Weißt du, was ich mach? Den... Venenum? 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 Den gelben Shade. Mach den, glaub ich, so transition all over und arbeite dann den Blauen so mit rein. Wow. Let's just try that. Das ist ja echt krass. Ich überleg halt, ob, wenn's mir nicht reicht von der Tiefe, vielleicht ein bisschen Schummel und noch Hefe und Rot benutzt. Ich nehm jetzt hier erstmal, wie spricht man das denn aus? Equor? Joa. Dieses dunkle Blau nehm ich auf jeden Fall. Oh, wow. Wow. Geil. Wollte ich die auch noch mit reinbringen. Hä, was war denn das? Wie sich das verhält allgemein, wie sich das anfühlt, voll interesting. Das hab ich auch noch nicht gespürt zuvor. Ich geh mal in Venenum. Winnum? Winnum? Muss ich sagen, es hat echt jetzt nicht doll Kickback. Darf ich das eigentlich schon echt gut? Pygmiert? Pygmiert. Es toll pygmiert ist dann. Also es deckt jetzt nicht gleich pompastisch. Obwohl du ne weiße Base hattest. Ja, also sie kommt schon so raus, aber man muss auf jeden Fall ordentlich aufbauen. Die Farbe passt voll zu deinen Haaren irgendwie. Also ist es noch ein bisschen blääh. Ble Ah! Bisschen verblöhh. Also mit dem Ton bin ich echt happy. Der ist echt nice. Ich finde das immer so schön, wenn hatti so blauen Eyeshadow trägt. Ja, sieht echt geil aus. Doch, ich finde das Gelb funktioniert auch gut. Man muss zwar so öfters rein, aber ich meine, mit welchen Lidschatten hat man das nicht, dass man so aufbaut. True. Die ist ja auch so eine Aufbauerin, ne? Ich überlege, ob ich eine ganze Cutcrease mache. So, Gelb ist da. Ja, gehe ich direkt einfach mal mit dem Holy drüber. Ich glaube, das ist echt interesting, weil das Holy hat ja sogar noch so Goldpigmente drin. Dann noch mit dem Gelb. Schön. Ich glaube, ich will das doch noch ein bisschen vertiefen mit dem Blau aus der Day-Palette. Nicht viel, aber finde ich trotzdem interesting. Lässt das gut ineinander arbeiten. Also wie die Blautöne gerade miteinander zusammenarbeiten, ist echt Hammer. Guck mal, ich habe so ein richtiges Mint. Mint, keine Ahnung. Sieht schon fast eher grünlich aus, finde ich. Bei Blau auf Gelb ist ja normal, dass... Oh ja, es ergibt... Ja, stimmt. Ich mag halt, dass man diese Glitterpigmente richtig gut mit dem Finger auftragen kann. Gerade, wo ich mal keine Nägel habe, macht das richtig Spaß. Boah, sexy, Alter. Boah, sieht so geil aus bei dir. Thank you so much. Ja, finde ich schon ein bisschen sehr geil gerade. Ja, also das, was ich hier gerade mache, fühlt sich auch gerade so geil ein. Einfach pure sexy ist. Boah, wie schön dieses Blau jetzt schon aussieht. Ja, Mann. Ich mache jetzt dieses Holy rüber, ne? Boah. Ziemlich geil. Wow. Wow. Das ist schon echt einfach nur ein geiles, geiles Shade. Ja, Mann. Das Einzige, aber Hati ist auch nicht so einer. Bei mir fehlt so mein, so ein Baller-Ding für mein Eyebrow-Bone, aber. Weil der in der Day, also der Day aus der Day, ist ja so ein bisschen so softer. Egal, ich nehme jetzt die Day. Den Day Shade aus der Day. Nee, du kommst dann ganz schön wieder hier rüber. Entschuldigung. Ich überlege, ob ich jetzt noch Holy auch noch oben hingebe. Also nochmal hier so ein bisschen. Ja, das finde ich ein bisschen schade bei der Palette. Man hat halt irgendwie kein Highlighter-Shade. Das ist halt wirklich so eine, man braucht noch eine andere Palette dazu. Aber, joa, der Day aus der anderen Palette, boah, mit dem kann man schon ein Highlight setzen. Wow. This is amazing. Ist halt voll geil, weil man die Lidschatten so richtig blau tragen kann. Und wenn man keinen Bock drauf hat, kann man die echt mit diesem Gelb und so richtig transformieren. Ist voll geil. Oder halt hier, den Blauton dann mit dem Schimmer-Shade halt in so einem grünischen und so. Ist halt schon geil. Ihhh. Oh. What denn? Da kommt so ein Strahl raus, weil es leer ist. Ihhh. Ihhh. They ask you how you are. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it, because they wouldn't... Ihhh. 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 What soll dat denn? No, 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 no. So, Concella Redis. Ihhh, wo warst du denn hier? Ihhh, so ein Haar drin. Bah. Gott. Pfff. Boah. Das trinke ich nicht mehr. Warum denn nicht? Ich bin Vitamine drin. Geil. Wow, für Synchron. Sind wir noch scharf? Wir sind immer scharf. Hohoho. Ach, hohoho. Hihi. Ich fühl mich grad einfach nur absolut angegeilt von diesen blauen Eisch. Du siehst halt auch einfach nur heftig aus. Bah. Bleh. 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 Fisch auch. Bleh. Hast du noch ein Liquid Ink? War das nochmal Liquid Ink? Der Eyeliner von Essence? So, äh. Boah, da musst du mal ein bisschen hier in die Tauchstation gehen da drüben. Oh, ich seh nie wieder tauchen. Also die Palette kriegt mich halt mehr als die andere. Der kann auch schon die süße Sachen mitmachen, ja. Kann man schon ganz Süßes essen. Weil so süß ist, ne? Ja, find ich auch. Ne? Ich geh jetzt in Terra rein. In den braunen Shade. Und den kann ich schmier jetzt auch nachm Auge. Boah, der ist geil. Der Terra? Ja. Ich nehm hier einfach den On-Stage-Liner. Ah ne, der ist ja pink. Ne, der kann man nicht sein. Der ist pink? Wer ist pink? Hier, Dior, der Eyeliner. Der ist pink. Der? Ja? Ja, guck mal hier. Oh. Du, ey. Ja, Mann. Dass du die so aufträgst und dann sieht das geil aus. Ja, ist lustig, ne? Ja. Aber es sieht halt auch nie so geil aus, wenn ich's nicht so mach. Was mach ich denn jetzt für ein Inner-Corner-Highlight, Alter? Mach ich jetzt gelb einfach in der Mitte? So gelb. Lieb, wie wir das andere so Holy nennen und das einfach nur so das Gelb. Mach aber gelb hin. Doch, das sieht ganz geil aus. Oder? Uhuh. Das ist halt so ein richtiger Sommer-Look einfach. Summer is coming, ladies and gentlemen. Oh, dieser Masturbations-Sound neben mir. Masturbation. Gotta be a Masturbation. Oh, what? Gotta be a Masturbation. Oh, thanks for telling me. Ha. 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 Geht das? Ich kann den nicht halten, ne? Just saying. Ich glaub, der setzt dich da so hinter der Bubble da nicht. Ja. Äh, soll ich das Rote jetzt eigentlich nehmen unten? Wär das geil? Oder soll ich doch was anderes nehmen? Aber kannst du's mal swatchen? Ich will mal wissen, wie der aussieht. Wow. Entweder ich nehm' Blau halt. Oder Terra. Ja, ich würd' Terra nehmen. Okay. So. Und dann nehm' ich, weil ich's geil fand, Smile aus der Day Palette einfach mal wieder als Rouge. Du hast runde Haare auf der Nase, Alter. Juck dir rede ich. Geil. Uff. Ich hab jetzt noch einen richtigen Aufwurm von Hot Summer, Alter. Hot Summer. Hot Summer. Hot Summer. Highlight. Nimm' ich meine Palette. Mhhh. 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 Wow, wir sind voll gut da drin. Lass auf Weide stellen heute Nacht. Mhhh. Mhhh. Nehmen wir nach Hause, geht heute Nacht. Nach dem Club. Mhhh. 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 Gansenschips. Boah. Die Gansenschips. Boah. Ich wär' richtig schnutzig hier oben, Alter. Was sagt mir da denn keiner? Ja, ich sitz' hier. Boah. Sagt mir das keiner. Mhhh. 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 Was singt er da? Nobody knows. P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Mein Herz war grad so noch voll weg, weißt du? So, guys. So, what do you think about the palettes? Amazing. Also, was ich benutzt hab, fand ich echt durch und durch geil. Same. Also, hat echt gut funktioniert. Ich muss sagen, ich hab manchmal ein bisschen Struggles mit so dunkleren Shades. Das hab ich hier benutzt, so was zum Beispiel, dass ich das so verblenden kann. Aber ging so easy. Boah, du hast so'n Krümel in der Lash, guck mal her. Really triggering. Bah. Aber ging echt easy mit denen und hab ich auch vorhin schon mal erwähnt, dass man halt, obwohl da so viele blaue Shades drin sind und eigentlich gar kein grüner außer der dunkle, hab ich trotzdem so hellgrüne Looks gehabt irgendwie. Also mit so Shimmer, Green und auch jetzt Mega-Mint, einfach weil ich Gelb und Holy kombiniert hab. Es ist halt nicht mal Mint. Holy ist halt wirklich Holy. Aber es sieht halt, eigentlich sieht's einfach aus, als hättest du so light green, also gar nicht gelb, sondern eher so light green. Was ich jetzt auf meinem Auge benutzt hab, die Blautöne, herrlich. Also ich will das auf jeden Fall auch noch auf einem Event tragen oder so, weil ich das echt... Sieht echt gut aus, ne? Ja, und es war halt super easy. Also ich hatte keine Probleme, wenn man Probleme hat, beim Verblenden liegt's halt wirklich dann an dir. Weil, ja, aber die... Also Verblendungsprobleme hatte ich halt gar nicht. Nee, also... Und eigentlich hab ich immer so'n bisschen Problems. Wollen wir vielleicht die Farben, die wir gar nicht benutzt haben, einmal kurz swatchen? So richtig professional. Oh yes! Yes! Als, als wären wir gute Beauty-YouTuber. Willst du was an meinem Handrücken swatchen? Geil! Plaga! Die Plage. Die haben wir auch noch nicht probiert. Es ist halt so'n Grau. Das haben wir nicht probiert. In der Round, oder? Nee, den muss ich aber gleich nochmal machen, weil jetzt sind die Finger erstmal voll. Schon geil. Und der ist auch schön. Weißt du, woran mich der erinnert? Von Lady Gaga, A Stars Born. Da hatte sie einmal auch sowas drauf. Das sah so schön aus. Das sieht echt schön aus. Das ist echt schön, weil das ist halt so'n leicht Lavendel angehauptes Blau. Ja, irgendwie schon. Ist auch so ein bisschen Pigment drin. Ey, guck mal, wir haben nur sechs Farben nicht benutzt. Wir haben eigentlich echt ne gute Review gemacht diesmal, muss ich sagen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, oder? Ja, man. Also, das ist auch so'n bisschen so'n Pigment drin. Also, schreibt, was ihr denkt. Wir wollen auch eure Reviews sehen, hören, whatever, lesen. Und wenn ihr nochmal ne genaue Review zur Day Palette haben wollt. Wuhuuu! Ey! Bruchtest. Wer das jetzt survived hat. Let's see. Na, wollen wir doch mal gucken. Bruchtest Magnificent bestanden, oder nicht? Opa da. Oh yes, she survived. She survived. Also, wenn ihr da noch nen Complete Look sehen wollt. Zwei Complete Looks. Ja, falls es euch gefallen hat, gebt uns ein Däumchen nach oben. Folgt uns beiden. Hier auf YouTube. Und auf Instagram. Ja. Und auf allen anderen Sachen, die er noch hat, aber ich nicht. Ja, mach mal bei den Gewinnspielen mit, Freunde, auf Instagram. Thanks a lot. Goodbye. Goodbye. Ah, passt. Bye. 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 Bye.